Das wird auch immer gut. Da geht's einem schlagartig besser. Welche Flosse brauchst du heute? Aufs Maul Flosse. Luftflosse. Alter, das ist schon wieder sehr bei Herrschaft, ne? Sechs Stück in einem Clan, ne? Da könnte ich mir das kurz anfangen. Oh. Ist ja gemein. So sechs Stück in einem Clan, also das ist... Boah, wirklich. Das geht ja mal gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht doch nicht. Die kleine Heide schiebt sich hausisch bunte Kreide in die kleine Schalke. Ist zwar nicht gesund, dafür macht der Schlüpfer grunderbund. Das ist der beste Satz ohne Schlepp. Schluss, Sven. Das ist der einfachste, den hat der Kevin sich sogar übergemerkt. Ne, ne, ne. Ich habe dir noch ein Facebook losgelesen. Das ist, ja. Auf asoziale Fick-Sprüche. Oder Fick-Spruch, halt. Wow, ich bin 300% Barney, lol. Aufschlag, ich bin nur 90. Ich bin nur 90. Das war 98 davor. Halle, ich fress mich, Halle, ich fress mich. Ja, 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 kein Mensch. Sieh, also erst gibt es seit Winter. 198. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt seit zwei oder drei Tagen kein PS3 mehr gezuckt, ey. Dump, dump, dump. Das muss ich mal schlagartig ändern, würde ich jetzt mal behaupten. LOL. Wie viel Barney steckt in dir? 0,001%. Alter. LOL. Welcher Scrubs-Charakter passt zu dir? Mr. Cox. Nein, Chris Turk, J.D.'s bester Freund. Nee, ich bin schwarz. Ich vergesse, die Morgens leider nicht. Die Morgens, alle vergesse ich nicht. Der ist krass, dass er kennt. Ich vergesse, die Morgens leider nicht. Das muss sein, Kerl. Welche Pornodarstellerin passt zu dir? Aber das muss ich machen. Boah, das ist ja nicht oben. Ich habe tatsächlich... Ach, das ist bestimmt. Nicky Bendis. Oh, die ist geil. Okay, na, leider nicht. Nee, da war ein Bild nebendron, deswegen. Welche Pornodarstellerin passt zu dir? Ach, du, Fred. Reden mit dem Vorne-Deutscherchen. Jessica Lin. Ui, Alter. Ist bestimmt eine Japsl-Schlampe. Nee, nee. Nee? Holy shit. Was soll es sein, wenn China White kommt? Alter, oh mein Gott. Raychelle Rock. Steht da wirklich auf die China White? Das wird krass, Alter. Graulhaft. Nicky Bendis. Ja, die hatte ich eben. Die war nicht schlecht, ja. Das hat immer ein Ding hier. Ich warte, ob mal eine dabei ist, die ich kenne. Felix Marie, die war... Ja, komm, ey. Ist aber auch eine dabei, die etwas hier... Ja, komm, Lisa, in, ey. Die kann mich am Arsch... Angelo Mertes, Spruch des Tages. Ich bin Türke. Ich hab auch eine Aufgabe, weil ich helfen. What the fuck? Alter, das soll immer Deutsch lernen, der Türke. Hast du gelernt, ey? Hab's labisch, du hast gelernt. Wie gut passen, Pietro, Lombardi und du zusammen, ey. Ach Gott, Alter, lass mich doch bloß mit der Geschwuchteln. Ich hasse den Typen, ey, ja. Sorry. Der Typ bräuchte meinen auf die Straße, wirklich. Alter, geh mal hin. Wir lenken dir wieder ab, wenn er gut hat. Security. Irgendjemand hält ne Fest und... ...n Hummel. Ich will aber zuschlagen. Ah, also, okay. Vielleicht hält ne Fest und wir zwei Hummel. Genau. Welches Mal von Call of Duty passt du dir? Oh, geil. So durch der magische Miesmuschel. Achtung. Achtung. Vergiss halt alles und hab Spaß. Mit welchem Style anders tun? Bad Kim Kardashian? Oh, die ist geil. Die richtig. Welcher Star sieht der jetzt? Ich will nicht gerade... Oh mein Gott. Justin Bieber. Wie oft, Kevin? Kevin, guck dir mal mein letzten Ansatz auf, was ich gepostet hat. Wie oft musst du ficken? Du bist so geil, du könntest jeden... ...jährige Spunde ficken. Nein, jetzt steht viel über meins rein. Du wirst mich sagen, dass du im Bett und dann du Blum. Und dann du Blum. Da schreib ich deinen Kommentar an, der hört mich nicht so so ein. Den würd ich auch nicht von der Bitkern gestoßen. Ich will welchen Star. Hey, mit dem Megan Fox komm ich da im Bett, nein. Welche Waffe von Call of Duty passt zu dir? Tomahawk. Alter. Ja, klasse, danke. Ich bin eine Waffe, die schießt. Welcher Rapper passt zu dir? Achtung. MP5. Der Wiener. R-R-Raf-Komaro, Alter. Alter, die scheiß Ausländer, glaube ich. So, also Leute, wer von euch will mit mir in einer Beziehung? Meine nächste Beziehung fängt gleich an. Wer hat man? Simon, wer? Ich will das nur nicht. Wir zwei, wir zwei machen wir dich. Watt, danke. Wie viel Post bist du? Wie viel Post bist du? Welche... Entschuldigung. Frag den... Frag den Nico. Nein. Boah, erzählte das Facebook-Folge so sinnlos. Welcher Dragon Ballshead-Charakter bist du, Son Kogu? Keine legt dich so leicht die an und kommt ungeschwund davon. Kevin, komm mal her, ich hab's von der Kiffhülle. Alter, wenn ich mich ja schon mal verwandle in irgendein super Reagin, dich zu wieder, Alter, war ich kalt. Wer tötet dich? Wer tötet mich denn? Ja, klasse, da ist... Welcher Ton der Hafen-Charakter bist du? Achtung. Äh, Börter, Charlie... Alter, ich bin nicht Börter, ich bin ein Bix. Wie viele Kinder wirst du bekommen? Also du, 120. Acht Stück. Nur? Äh. Charles. Charles, ein Hurensohn. Charlie sprach das Tage, so, das ist bestimmt nicht schlecht. Man muss erst den Büffel von der Herde trennen, um ihn zu erledigen. Ja, das hat er mal in der Folge gesagt. Welcher Horrorfilm-Piller bist du? Sartus aus Long Turn. Ach Gott, ist nicht... Oh, bist du... Ha, jetzt bin ich der One-Eye aus Long Turn. Sag mal, Alter, so guck ich wie die Haare raus. Kennt jemand nicht Azu-Mahl? Was ist? Ist so eine komische Frau. Ach, das war schon. Ja, jetzt Azu-Mahl. Azu-Mahl. Ich bin süchtig nach Alkohol, ist so so. Was hältst du von Justin Hector? Alkohol. Du hast ihn einfach nur... Oh ja. Welches da ernst du? Achtung. Bitte nicht. Eine hässliche Heckbe... Facebook hat einen Fehler. Emily Diando, Alter. Das scheiße Italienere. Nee. Wie viel Gramm kackst du heute? Also die 300 Gramm habe ich mit Sicherheit schon überboten. Das waren schon 3 Kilo, Alter. Ich scheiß jeden Tag, habe die schon überboten. Was für ein... Beziehungsstatus an. Scheiße, ey. King Julian sagt, Achtung. Halt Abstand von Diffuse. Deine Konigs klar. Wie zockst du Call of Duty? Du bist ein... Du bist ein guter Sniper. Sogar deine Oma spielt besser wie du. Danke. Lass alle mit der Oma zocken. Sech. Sech. Sech, Juni, sag dir. Deine Einstellung heute kann nicht... Der Typ ist sogar zu dumm, um Sekundärwaffen zu schreiten. Er schreibt Sekundär-S-E-K-U-N-D-E. Wer denn? Sekundärwaffen. Sekundär-Waffen. Welcher Film passt zu deinem Leben? Ach du. Ich bin der beste... Alter, Twilight, der passt gar nicht zu mir, der Film. Der Schwulette-Film Nummer 1, Alter. Du hast die Arschkarte, weil... dich keiner will. Frag Mr. Negro. Negro. Ja, Herr Kevin ist ein Necrophil, oder? Du bist doch ein Necrophiler, Alter. Du weißt doch immer, was das ist, Alter. Ach, der fickt gleich, Mann. Ah, der Kevin hat Wikipedia eben bei an, ja. Nein. Frag den dicken Hamster. Ach, ich denke, das kommt zur Lesikart, Alter. Wat? Ich hab's kei... Ich hab keinem auch verstanden, wenn ich ehrlich sein soll. Frag mal den dicken Hamster. Ja, fang mal den dicken Hamster, ey. Welche Rolle hast du? Und ich... Welche Rolle ich hab? Oh, Gott. WA-2000, ey. Das ist ja wohl die beschissenste Waffe, die es gibt, ey. Welche von Stoffer-Melken-Witten drin bist du? Melken. Ha, ha, ha. Das hätte halt sehr auf Dewey getript, oder? Nein, Alter, schau auf Fries. Ich bin jetzt so ein richtiger Schlecker-Typ. Boah, warum mach ich den Scheiß gerade überhaupt? Hab ich echt nichts mehr zu tun? Alter, wer ist denn der K-1? K-1. 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 Vielen Dank.